Hallo und herzlich willkommen in seiner weiteren Folge The Hunter Primal, wieder zusammen mit Zerschmetterling und Exumt. Ich bin der Eddy und ich wünsche euch viel Spaß mit zuschauen. Also meiner liegt ja mal auch sehr interessant da. Na, ging bei den Ganzen auch. Kiste. Ein Dropout Signal. Mg-Munition. Und da ist er da unten. Da habe ich doch in der ganzen Aufnahmesession doch auch mal einen erlegt. Ohne Hilfe. Unglaublich. Ja, aber so kennt man mich ja. Ja, für deine Zuschauer aus der nächsten Welt. So ist es. Ja, mein Gott, Hauptsache es macht Spaß, würde ich sagen. Das ist genau der springende Punkt. Für mich ist das immer ein T-Rex total aufregend. Wenn du denkst irgendwie, okay, du hast schon zwei, drei Mal drauf geschossen. Ja. Und eigentlich müsste er jetzt umfallen, aber eigentlich steht er schon fast so dicht. Und gehst du jetzt aus dem Zoom-Modus raus oder bleibst du stehen und schießt im Zoom-Modus noch mal. In der Hoffnung, der stirbt dann dann vor dir so ein Halimeter. Oh, man weiß sowieso mal nicht. Und dann, wenn das nicht so das Problem mit dem Zoom-Modus rein, raus, wechseln und dann wegrennen. Wenn das nicht wäre, dann hätte ich doch auch nicht so einen Stress-Taboy. Aber das ist jedes Mal aufs Neue wieder so eine Herausforderung. Man weiß ja nie, wie die Viecher reagieren. Oder wenn man nicht doch ein Halimeter zu dicht dran steht, dann ist man ja ohne Wut da. Also, wenn das nicht so ein Halimeter zu tun, dann ist man ja auch nicht so ein Halimeter. Hm, der läuft da auch Richtung Wasser. Naja, wenn ich jetzt wieder auf den schieße. Du weißt, du kannst nicht schwimmen. Dann fällt der wieder die... Ist der jetzt ab? Ist der gerade in Abbahn runter? Ja. Ist der jetzt da... Ist der gerade schwimmen? Ich weiß auch nicht, ist der... Ja, verstehe. Hinter dem Wasser. Das sah von hier aus sehr interessant aus. Was sagt für ein dummes Vieh, ich schliess mal drauf. Gucken wir, was der macht. Ich schliess mal mit dem MG drauf. Vielleicht kommt so hoch. Der bewegt sich irgendwie nicht. Hm, juckt den irgendwie nicht. Der will nicht sterben. Ach, jetzt kommst du, oder? Hä, und du? Ist der tot? Äh, der rennt die Küste entlang. Jetzt ist er da hinten. Wurde aber nicht hoch. Was sieht der aus? Bisschen zu steigen, mein Kleiner. Ich Gott, sieht das aus. Geben wir mal die Hand und Hilfen hoch. Wie schnell der ist. Oh, der hat's hochgefunden. Wahnsinn. Aber jetzt haut er ab. Aber kein Wunschbild. Doch, klar. Dino und reißen bis drehen. Äh, hallo? Hä? Hä? Und hinter ihm hängen so 15 Pfeile am Marsch. Was sieht ja aus? Nein! Das ist doch unglaublich hier. Werdi, zeig uns mal, wie man stirbt. 18 bis 34, der hat nicht mehr so viel. Ne, zwei Tafel, oder? Sehr dumm. Ah, jetzt rand der weg. Eingeweide, also der blutet ne Weile. Na, mal schauen, ob er dir noch... Ach, er kommt wieder zurück. Schön. Äh. Die totale Spannung, Jobbel. Hey, irgendwie weißt du ja nicht, wo er hinrennen will. Das kommt ja wieder. Das rät er wieder weg. Was ist denn mit dem? Was, man? I-23. Vielleicht verrutet der ja noch. Wie lange bluten denn die überhaupt? Mir ist das schon ein paar Mal so passiert, weißt du, du nimmst so Blutspur auf und irgendwann Blut weg. Ja, irgendwann hört das auf. Da sind die dann ausgeblutet und dann laufen sie bloß noch. Da kann man bloß wieder normale Spuren aufnehmen. Genau. Das ist halt auch so eine dumme Sache. Die sind dann quasi zombie-mäßig. Blut leer. Genau. Ja, aber im Prinzip müssten die halt bis zum Ende halt dann weiterbluten. Dann hat das ein Rex. Was? Ja. Geradezu bei den ganzen hier, bei... Thrayharm. Genau. Ich muss mal gucken, wie schwer der ist. Ich kann das gerade nicht. Wow. Also ich habe eine Flimpenlaufkugel noch, ich habe zwölf Pfeile und ein paar Backshot. Oh je. Und eine Handgranate und Raketenwerfer und Zivile. Und noch ein Kaliber 50 MG. Genau. Ach, da ist so. Soll ich den mal anlocken? Weiß nicht. Also anlocken, wenn du ihn anlockst, dann musst du ihn aber auch töten. Ja, kein Problem. Weiß nicht. 6, 5 bis 6, 7. Ich fäll' gerade ein, ich habe noch Munition für deine Wache, oder? Ähm, brauchst du... Äh, der kommt in eure Richtung. Brauchst du noch irgendwas? An Munition? Bugshot oder irgendwas? Ach, passt schon. Ich geh mit einem Ballbogen hin. Das könnte ich vielleicht... Warte, da schließe ich mich an. Das mache ich auch. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich kann keins setzen. Naja. Das dritte Hinobe bräuchte zu. Vorsicht. Oh, das sieht ja cool aus. Ui. Krass. Direkt hier auch zu weit vorbei. Jawohl, ich habe einen Fall. Ich glaube es ja nicht. Ich habe gerade auch geschossen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann schon sagen. Mal gucken. Jetzt bin ich ja gespannt, ob der Fall da was gebracht hat. Steckt der da, sondern ja. Steckt mir vorne drin. Du musst von der Herzen freiwillig sein, denke ich. Ne. So, ich habe fünfmal geschossen. Ne, die... Einmal, du warst sechsmal. Und wir haben... Zweimal Herz getrunken. Unternommen. Einmal Hängeweide. Einmal rechtes Hinterbein. Einmal Schutterblatt. Einmal Magen. Das Hinterbein war ich. Neunmal Körper insgesamt. Keine Lunge. Schöne, rote Füße. Wart mal kurz. Ich kletter da. Vorhin von der Entfernung. Da war der mal mit aufgerissenem Maul direkt so schön auf der Handkante oben gestanden und war eingefroren. Das war auch ein schönes Bild. Als allererstes mal... Ja, ach man, verdammt zu. Ja, dann gehen wir mal weiter Richtung Cape Trierhorn. Ein bisschen gucken, was ist zum Grün noch. Er ist ja tot. Vier Schuss schon wieder. Ja, das geht schnell weg. Hier wollte es auch schon wieder einer. Schon wieder ein Trittsfer Tops. Das war ja so. Ach man, nur hier unten jetzt. Also es klappt bei dir, oder? Tja, wenn er stehen blieben wäre, gleich zum Anfang. So, jetzt mit letzten Pfeil noch erwischt ich so. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Hallo, eins gehen. Also wenn wir an der nächsten Kiste sind, kriegst du schon. So, 20, 30 Schuss, wo es zäger. Hier liegt auch noch ein Trittsfer Tops. Meiner. Und da liegt noch einer. Meiner. Okay, dann skimm mal ein. Meins, meins, alles meins. Ja, ja. Mach mal die Augen zu, dann weißt du, was meins ist. Das Richtung Calp Trion. Meins. Meins, ja. Meine. Das ist alles meins. So, ein Schuss Kaliber 308. Also die Rechse könnt ihr ja gern behalten. Die sind mir zu anstrengend. Mit, mit, mit. So, dann will ich mal in die Mission, die da zwei hinwegkommen. Ja, komm, Hale. Habt aus, was gebackt wird. Was hält denn der aus? Mhm, ne Menge. Zu viel. Fette Löcher hat er an der Seite. Drei mal die. Ich glaube, siebenmal. Was stand da drauf? Drei Treffer von dir waren es. Voll. Ach, drum ist der mal auf mich losgegangen, weil ihr auf den geschossen habt. Weil der, äh, ich hab doch nur ein einziges Mal auf den geschossen. Vielleicht hab ich den schon mal angeschossen. Oder hab ich mich verguckt gerade. Kann auch sein, ne. Weil der immer auf mich losging, obwohl ihr auf den geschossen habt. Naja, das ist halt generell ein Bug, ja. Ja, also mit allen Dingen uns. Da ist noch, komm her, oder? Bei mir ist das oft so gewesen, wenn ich auf ne, also wenn wir zu zweit waren, war so, wir sind auf ne Gruppe, äh, unter Abtoren, oder, ich hab mir Lust getroffen. Da sind die einfach, äh, an Robin vorbeigelaufen, und zu mir. Also ich stand weiter hinten. Die haben Robin halt völlig ignoriert, und sind einfach zu mir, oder? Die ignorieren halt mal irgendein Spieler. Was sind das hier? Stuggernaut-Juter, oder? Oh, noch mehr! Nein, da ist der Mann, der umfällt, wa? Ja, da kommt ein Juter. Oh, guck mich, was rote. Junge, was ist denn jetzt los hier? Wir sind hier jetzt aber immer nur abballern, ey. Hat ja viel ausgehalten hier, wann glaub ich. Aber ein schöner, ein Uncommon-Raptor. Ja, das hatte ich auch letztens ein. Oh, der hat aber immer noch 75%. Okay, fünf Treffer von mir. Der Trezertums hat noch 60% Lebsenergie, echt? Nee, oder? Ja, hoch, was seid denn ihr? Also ein Trezertums ist irgendwo ein Storm hier in der Nähe. Ja, einen, den hab ich, einen hab ich hier erschossen. Ich hab auch einen erschossen. Das kommt jetzt halt drauf an, was wirklich in der Nähe ist. Ach, ich hör schon wieder Jutas. Ach, komm, für die lade ich doch, Baksch. Bestimmt sterbe ich jetzt gleich. Kannst du jetzt zu uns locken, dann helfen wir dir. Immer gemeinsam. Tja, der Symphonicum bei Capturion. Ich hab ein neues Schrotflintchen. Massaker-Schrotflintchen. Ja. Irgendwo hör ich hier ein Jutas. Ich hätte die normale, aber besser da oben. Carlos, du am Berger. Dann der Mast. Ein kleiner Knug hier. Groß-Serat-Navilo. Hm, Shotgun und ein Hütchen. Ja, die Shotgun hab ich da reingelegt. Ach so. So, Kiste Nummer zwei. Wo wo da drin ist. Da ist ein 44er-Revolver mit vier Schuss drin. Egal, nämlich auch. Ich nehm alles. Ich nehm alles, womit man Kugeln verschieben kann. Ähm, also ich... Weil ich leg dir jetzt in die Kiste hier unten ein bisschen 40er. So, boah, boah, drei Schuss. Geht das überhaupt in die Kiste zu legen? Ja, ja. Aber leider durch diesen Kistenback und wie immer funktioniert das immer alles nicht so richtig. Ja, eben, weil sie grad... Wenn du was reinlegst, dann kann sein, dass der Nächste, der reinguckt, dann sagt, äh, wo ist die Munition, die drängt, dann passiert das nicht. Die war ein Beutel halt, das ist... Ist das denn voller? Okay, 37 Schuss. Ja. Bei mir packen die Beutel immer rum. Na, dann nehm ich mal die Munition mit. Da könnten wir jetzt ja weiter Richtung Sumpibit. Hat... Hat er zufällig gestopft ne Kien? Mit so wenig Munition? Na, okay, stimmt, ne. Also ich mein, die 37 Schuss hätte ich ja nun, aber... Hm. Hm, ich geb dir nochmal 10. Ah, das sollte ja reichen eigentlich. Wenn wir alle drauf schießen, dann müssen wir aber ein bisschen so sammeln danach wieder. Wie fasst du noch, Eddie? Äh, ich hab jetzt hier für die 308er noch 23 Schuss. In der Kiste ist noch ein Biss, oder was? Und dann hab ich halt noch... Hier ist nochmal ein Schuss dafür. Wie bitte? Für die 308er. Hier ist nochmal ein Schuss für 308er. Da. Dann können wir ja die Prime McQueen mal machen. Das war jetzt kein YouTube-Schmuggel hier. Ja, in der Kiste hier unten liegen noch 10 Schuss. Guck mal, wie die mit dem Pfand. Ähm... Wie kann ich nochmal stacken? Im Inventar-Shift noch? Mit Shift, ja. Ja, und ob wir die Prime McQueen legen können oder nicht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.